Entweder maximale Kontrolle oder maximale Freiheit. Nennen wir es Great Awakening vs. Great Reset. Was man vielleicht auch beachten darf, dass man nicht auf einmal als Sklave des Systems landet. Wir sind in einer Zeit, wo Menschen ihre Menschlichkeit abgeben. Mensch A ist auf OnlyFans, Pornhub und schießt seine Lebensenergie regelmäßig auf seine Bettdecke. Das ist auch das, was Andrew Tate und Iman Gashi und so aktuell sehr viel predigen. AI ist ein gutes Tool, um es zu nutzen, aber AI ist auch sehr gefährlich. Es wird sehr einfach, ein Roboter in einem menschlichen Körper zu sein und das sind wir ja bereits. Die Welt auf menschlicher und materieller Ebene geht auf völlige Kontrolle. Social Credit System, Gelddigitalisierung, Social Media, Männer zu Frauen machen. Dass wir in eine zweite Welt namens Metaverse fliehen müssen. Separierung ist der Grund aller Slides auf dieser Welt. Wir handeln, als wären wir disconnected von der Natur. Weil wir handeln, als wären wir disconnected von anderen Menschen. Nur wenn es zwei gibt, kann der eine den anderen kontrollieren. Und dementsprechend wird auch die Spaltung zwischen völlig kontrollierten Menschen und völlig freien Menschen immer weiter voranschreiten. Wir sind alle eins. Wir sind alle auf derselben menschlichen Ebene. Wir sind alle dieselbe Energie. Gott ist eins. Gott ist in allem. Gott ist eins mit allem. Dieser fucking Körper ist nur Erde. Meine Haut ist nicht die Trennung von mir und der Außenwelt. Es gibt auch keine zeitliche Grenze. Es gibt nicht morgen, gestern und heute. Es gibt nur jetzt. Eine neue Erde passiert. A new earth is happening. Let's go. Yo Leute da draußen. Ich grüße euch alle zu meiner ersten Podcast-Folge. Finally wirklich die erste Podcast-Folge. Ich habe bereits zwei andere Folgen aufgenommen, wo ich als erste Folge verwenden wollte. Aber ich habe mich einfach nicht ready gefühlt. Mein Perfektionismus hat mich eingeschränkt. Und jetzt finally fühle ich mich einfach ready, mich hinzusetzen, mit der Kamera zu sprechen, mit euch da draußen zu sprechen. Und diesen Podcast hier zu starten. Weil ich denke, dass die Welt aktuell in einem sehr, sehr interessanten Punkt steht. Wir sind in einer sehr spannenden Wende. Und ich werde später in dem Podcast noch näher darauf eingehen. Ich werde auch noch näher darauf eingehen, warum ich diesen Podcast jetzt starte. Und gleichzeitig, was ich euch in dem Podcast so vermitteln will. Auf was ich euch mitnehmen will, auf welche Reise. Warum ich den Podcast starte. Die paar Sachen werden wir jetzt in der ersten Folge covern. Auch wer ich überhaupt bin. Und genau, das ist jetzt quasi so eine Einstiegsfolge. Und später in dieser Folge werde ich aber auch noch gut verstehen, glaube ich, warum ich denke, dass es aktuell so wichtig ist. Einerseits für mich, aber auch für die Welt im Allgemeinen. Dass Leute anfangen, in ihre Berufung zu treten. Und das zu tun, wo sie sich tief in sich bestimmter zu fühlen. Egal, was dein Verstand, dein Umfeld dazu sagt. So, erstmal ganz kurz zu mir. Die, die mich nicht kennen. Ich bin der Matthias. Bin jetzt vor einer Woche 22 geworden. Wassermann. Und in der Vergangenheit bist du in die Welt bereist. Ein paar Lebenserfahrungen gemacht. Und viel im Fluss des Lebens gegangen. Aktuell genauso wie die Welt. In einem Schiff. In einem energetischen Schiff. Veränderung. Und fühle mich jetzt berufen, einfach mal zu sprechen. Mein Podcast zu starten, auf den ich schon ewig starten wollte. Ich habe schon sechs oder sieben Podcast-Folgen aufgenommen. Und habe immer noch nichts rausgeballert. Und ja, jetzt muss ich meinen Perfektionismus einfach mal weglegen. Einfach los starten. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Der Grund, warum ich diesen Podcast starte, ist einerseits, weil ich darin mehr oder weniger meine Berufung sehe. Dass ich die Dinge, die, wo wir das Leben lernen, die, wo ich in meiner Lebenserfahrung gelernt habe, an euch weitergebe. Weil ich einfach mich mehr oder weniger als Lichtbote hier sehe. Auf diesem Planeten. Ich denke, das ist der Grund, warum ich hier bin. Gleichzeitig, weil ich Bock habe, eine Community von spirituellen Motherfuckern aufzubauen. Und ich werde euch später auch nochmal erklären, warum ich denke, dass das in der neuen Zeit und der neuen Welt so wichtig sein wird. Gleichzeitig will ich den Podcast als kleines Live-Tagebuch für mich sehen. Sprich, ich werde verschiedene Live-Lessons, die wir das Leben lernen, mit euch einfach teilen. Ich werde später in fünf, sechs, sieben Jahren dann wieder zurück auf diesen Podcast schauen. Ich werde bedenken, Junge, Junge, Junge. Der Matthias war ja da noch ein Schwanzlutscher. Was hat der denn alles gelernt? Und das Ganze so ein bisschen als Journal-Tagebuch sehen. Dass ich dann einfach zurückschaue auf den Podcast und sehe, Hey, fuck man, du hast einfach gestartet. Sei stolz auf dich, du warst noch nicht perfekt. Aber schau mal, wo du damals warst. Schau mal, wo du jetzt bist. So einfach als Tagebuch. Ich habe hier eh schon meine zwei Journals stehen. Vielleicht werde ich die später mal als kleiner Spicker verwenden. Und das soll quasi so mehr oder weniger mein Video-Journal sein. Wichtig auch, alles, was ich in dem Podcast sage, ist basiert auf meiner eigenen Lebenserfahrung. Basiert auf die Botschaften, wo mir, sagen wir, das Leben, das Universum gibt. Und ich mich bestimmt fühle, die mit euch zu teilen. Aber der Podcast wird meinungsbasiert sein. Wird nicht wissenschaftlich belegt sein. Es basiert nicht auf irgendwelchen Studien, wo ich euch vorlegen kann, um das, was ich euch erzähle, zu proofen. Das heißt, ich werde euch einfach ganz authentisch probieren, auf meine Journals mitzunehmen. Und das, was ich fühle, mit euch zu teilen. Und gleichzeitig mit der späteren Version des Matthias, der wo das dann vielleicht um fünf, sechs, sieben, acht Jahren mal sieht, zu teilen. Warum, denke ich, ist aktuell eine gute Zeit für mich, um diesen Podcast zu starten? Weil ich sehe den Shift in dieser Welt. Ich sehe, wo die Welt hingeht. Und ich sehe das Ganze natürlich durch die Brille Matthias Gillitz. Doch wenn ich diesen Matthias Gillitz mal verlasse, als Beobachter auf die Welt blicke, spüre ich diesen extremen Shift, in dem wir aktuell sind. Ja, seit circa zwei, drei, vier, fünf Monaten fühle ich sehr, sehr stark, dass ich anfangen darf zu kommunizieren, dass ich anfangen darf, ganz authentisch einfach mit euch zu teilen, was mir auf dem Herzen liegt, was ich für Lebenserfahrungen mache und wo ich glaube, dass die Welt hingeht. Und wie man am Ende, sag ich mal, ein spiritueller Motherfucker sein kann und ahead auf dem allen, was passiert sein kann. Und was man vielleicht auch beachten darf, dass man nicht auf einmal unten als Sklave des Systems landet. Und ja, ich war, finally habe ich meine Eier gepackt, mich hier hingesetzt und dieses Ding gestartet. Und genau, das ist der Grund, warum ich denke, dass es für mich sehr wichtig ist, jetzt mit diesem Podcast anzufangen. So, warum denke ich, dass es für die Welt sehr wichtig ist, dass Menschen in ihre Berufung, Bestimmung treten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr bewusste Menschen da draußen gesehen haben, dass die Welt aktuell in einen sehr, sehr intensiven Wandel ist, dass wir mehr oder weniger eine neue Erde passiert, also a new earth was happening. Und das auf einem Weg, wo es sehr spannend ist. Also, wie gesagt, alles, was ich jetzt rausgebe, ist aus der Brille Matthias Gillitz gefiltert, von meinem Verstand gefiltert, aus meiner Lebenserfahrung. Wo ich glaube, dass die Welt aktuell steht, ist entweder maximale Kontrolle oder maximale Freiheit. Das heißt, ich will auf der maximalen Freiheit sein. Ich will auch jetzt keine Angst mit dem Ganzen schüren, weil ich weiß, dass das Ganze genau so, wie es ist, bestimmt ist und aus einem Grund genauso geschieht, wie es geschieht. Das heißt, keiner braucht Angst haben. Angst ist eine Emotion, die nicht viel nach vorne bringt. Ich sehe aber, dass die Welt aktuell zwischen maximaler Kontrolle, nennen wir es Great Awakening vs. Great Reset, nennen wir es Great Awakening vs. Maximale Kontrolle, wie man es nennen will. Wir sind in einer sehr spannenden Zeit, in einer sehr spannenden Shift. Wir sind in einer Zeit, wo Menschen ihre Menschlichkeit abgeben und zu Roboter werden. Und dementsprechend auch, ich nehme mich mit rein. Also, ich nehme mich nicht raus. Ich bin Teil von euch. Ich bin Mensch. Wir sind alle auf einer Ebene. Ich bin genauso in vielen Bereichen Sklave, der Systemsklave von AI. Und ja, vor allem da sehe ich den Zukunftsschiff. Und ich werde auch noch mal ganz kurz anschneiden, wie ich denke, dass man ahead auf dem Ganzen kommt und dass 2020 bis 2030 eine sehr, sehr spannende Zeit sein wird. Wir sind in der Zeit, wo AI mehr oder weniger die Intelligenz der Menschen übernimmt. Und ich meine, wir sind mittendrin. Es ist ja schon, AI ist auch grundsätzlich kein schlechtes Ding, was da kommt, sondern wenn man es richtig nutzt, kann es einen Flügel verleihen. In der menschlichen Ebene kann man, in der Systemebene kann man, wenn man AI richtig nutzt und die Systeme für einen arbeiten lässt, dann kann man mit AI bestimmt viel Cash machen, viel Freiheit in der menschlichen, in der materiellen Ebene erreichen. Gleichzeitig darf man aber auch sehr, sehr achtsam sein, dass man seine eigene Intuition, seine Connection mit dem Leben, seine Connection mit dem, das man sich bestimmt fühlt, nicht verliert. Deswegen sehe ich mich hier durch diesen Podcast dazu bestimmt, dass ich die Menschlichkeit, das Licht, Spirituality in die Welt wiederbringe. Und ich denke, sagen wir 5, 6, 7, 8, 10 Jahre von jetzt weg, die Spreu vom Weizen wird sich unterscheiden, wer die tiefste Connection und noch am meisten Menschlichkeit in sich hat und die tiefste Connection mit dem Leben, mit seiner Intuition hat oder wer all das seine AI outgesourced hat und mehr oder weniger nur noch ein Roboter, ein menschlichen Körper ist. So, da denke ich, dass wir hingehen. Und deswegen fühle ich mich sehr bestimmt, dass ich hier durch den Podcast einfach meine Lebenserfahrung mit euch teile, dass ich euch mitnehme und mehr oder weniger auch so eine spirituelle Motherfucker-Community aufbaue. Und dann irgendwie in 2, 3, 4 Jahren habe ich auch vor, dann geile Events oder sowas mal zu starten. Durch das, dass ich aktuell als Videograf arbeite und dann mir so ein Willenportfolio und sowas aufgebaut habe und auch das noch weitermachen will, dementsprechend Optionen habe, dass ich in verschiedenen Willen immer gratis pennen kann, habe ich auch vor, dass ich das dann nutze und irgendwann mal in der Zukunft dann mit ein paar spirituellen Motherfucker, die mich seitdem verfolgen, mir geile Events starte und einfach mich wieder reconnecten mit euch, reconnecten mit der Welt und dass wir und alle, die, die sich dazu bestimmt fühlen, Licht auf diesen Paletten zu schaffen und Menschlichkeit und Intuition und die, sage ich mal, Weltenergie zu heben, Freiheit zu schaffen, einfach zusammenkommen in, sagen wir mal, einer geilen Villa in Mexiko oder so und tiefe Gespräche führen und einfach eine gute Zeit haben und wir dann einfach schauen, wo die Welt hingeht, geile Yoga-Seminare machen, geile Meditationsseminare machen, den ganzen Shit und einfach Spaß haben. So, das ist der Grund. Warum denke ich, dass das so wichtig ist? Weil ich denke, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren und wie ihr hört schon in meinem Wortlaut, ich denke, das heißt, keine Wissenschaft dahinter, ich denke, das ist der Matthias Gefilter, deswegen ist es mir so wichtig, dass ich sage, ich glaube eben, ich denke, dass in fünf, sechs, sieben Jahren werden die mächtigsten Menschen sein, die, wo auf virtueller Ebene ja die größte Energie haben und dementsprechend die tiefste Connection haben und gleichzeitig aber das System verstehen und das System und AI nicht verfluchen, sondern für sich innerhalb der menschlichen, innerhalb der materiellen Ebene für sich nutzt, um Systeme zu erschaffen, die wo einen auch in der Systemwelt frei machen. So, wir wollen alle ultimative Freiheit, richtig? So, wir leben aber in einer Welt, die, wo auf ultimative Kontrolle aus ist, das heißt, ich unterteile das Ganze in zwei Kategorien mehr oder weniger, deswegen sage ich menschliche Ebene und materielle Ebene, die menschliche, materielle Ebene ist alles das, was du hier siehst, Materie, sage ich mal, auf der menschlichen, materiellen Ebene bist du frei, wenn du viel Geld hast, frei, wenn du Standardfreiheit, finanzielle Freiheit und Zeitfreiheit hast innerhalb der menschlichen Ebene. So, das ist auch das, was Andrew Tate und Iman Gashi und sowas, die die ganzen aktuell sehr viel predigen, dass du innerhalb der menschlichen Ebene Freiheit generierst und da, glaube ich, kann AI sehr gut helfen und man sollte diese riesengroße Macht, wo du davon zukommst, nicht unterschätzen, weil die wird übernehmen, ob wir wollen oder nicht. Und dann gibt es aber noch eine zweite Ebene, wo du ultimative Freiheit erreichen kannst und ultimative Freiheit leben kannst und das ist die Energieebene, das ist die spirituelle Ebene, das ist die formlose Ebene und das wäre sogar die viel fundamentalere Ebene, die, wo die meisten Menschen komplett vernachlässigen. Doch das ist die Ebene, aus der die physische, die materielle Ebene, die menschliche Ebene entspringt. Das ist der Raum, der unendliche Raum, aus dem alles, was ist, entspringt. Und auch auf dieser Ebene kannst du ultimative Freiheit erreichen und wirst du auf dieser Ebene ultimative Freiheit erreichen, wird sich die physische Ebene von ganz alleine anpassen. Doch die meisten Menschen vernachlässigen diese Ebene. Wenn man sogar ein wenig tiefer hineinblickt, wird man erkennen, dass die physische, die materielle, die menschliche Welt eigentlich eine Welt ist, die gar nicht existiert, eine Welt der Illusionen ist, ein ablaufender Film mit Anfang und Ende. Doch dass ich das Ganze erklären kann, werde ich jetzt bewusst Dualismus verwenden und bewusst das Ganze in zwei Ebenen einteilen, dass es greifbar da draußen wird. Bei Andrew Tate zum Beispiel hört man sehr viel, der sagt sehr viel geilen Shit, wo Menschen innerhalb der materiellen Ebene, die wo Laces sind, einfach ihren Arsch bewegen und von A nach B bringen und helfen, innerhalb der materiellen Ebene frei zu werden. Allerdings fehlt mir zum Beispiel bei Andrew der komplett spirituelle Aspekt, um auf der Energieebene, auf der Intuitionsebene frei zu werden. Und ich denke, das werden dann auch die freisten und machtvollsten Menschen in zehn Jahren sein, die, wo die Brücke zwischen menschlicher Freiheit, sprich viel Geld, vielleicht durch AI-Systeme, die wofür einarbeiten, sprich Standardfreiheit, sprich Zeitfreiheit haben, weil innerhalb der menschlichen Ebene leben wir, innerhalb der Materie leben wir im Zeitsystem, das heißt, da existiert Zeit. So, jetzt haben wir aber komplett vernachlässigt, die Energieebene, die formlose Ebene, die zeitlose Ebene, die unendliche Ebene. So. Und wenn du auch auf der völlige Freiheit haben willst, dann ist es sehr, sehr wichtig, eben mit dieser Ebene connectet zu sein, sprich, zu seiner Intuition connected zu sein, zu den universellen Botschaften, die das Leben gibt, connected zu sein und nicht völlig in der menschlichen Ebene abzutreiben und mehr oder weniger am System gefangen zu sein. Wenn du aber die, nennen wir es ganz einfach, innere Freiheit und äußerliche Freiheit. Auf äußerer Ebene Freiheit erreichen und auf innerer Ebene Freiheit zu erreichen, wenn man es so nennen will. So. Wenn du die beide fusionierst, wirst du ultimative Freiheit haben. Und das in einer Welt, wo voller Kontrolle ist und dementsprechend, wie gesagt, sechs, sieben, acht Jahre erhält von jetzt, wenn dann, wenn dann quasi die Menschen, also ich denke, ich darf so Real Talk jetzt einfach sprechen und ich nehme mich nicht raus, ich bin Teil davon und ich bin auch Teil von TikTok, ich bin Teil von, von der menschlichen Verblödung, wenn wir es so nennen wollen. und merke selbst den Effekt auf mich. Wo stehen die Menschen aktuell und wo unterscheiden sich dann auch mehr oder weniger die, die ultimative Freiheit haben und die, wo mehr oder weniger ultimativ kontrolliert werden, aber das gar nicht verstehen, weil sie Kontrolle lieben. Es unterscheidet sich dahingehend der eine, sagen wir mal, zwei Menschen. Mensch A und B. Mensch A. Yo Leute, die letzten sieben Minuten ist meine Kamera abgebrochen. Das heißt, ihr habt jetzt seit sieben oder acht Minuten im Podcast einfach Drohnenaufnahmen, anstatt dass ihr mich seht, wie ich hier spreche. Ich will den Podcast nicht nochmal machen, weil ich relativ gut im Redefluss war und deswegen jetzt einfach da weitermache, wo ich vorhin aufgehört habe. Und wo habe ich denn aufgehört? Ah ja, ich glaube, ich war bei dem Thema, wo ich einfach ganz transparent und ehrlich sehe, wo die Welt aktuell steht und wo die Menschheit steht. Das heißt, ich habe vorher das Beispiel, glaube ich, gegeben, schau dir zwei Menschen an. Schau dir, der eine Mensch hat keinen Fokus, weil durch TikTok wurde sein Fokus ruiniert. Durch Online-Systeme wurde sein Fokus auf maximal drei bis fünf Sekunden runtergebrochen. So war der zweite Mensch meditiert jeden Tag und schaut, dass er maximal einen Fokus in allem, was er macht hat. Das heißt, 100% Fokus, 100% Klarheit, 100% Connection zu dem, was er tut im Moment leben. Und du wirst immer fokussiert sein. dann Mensch A ist auf Onlyfans, Pornhub und anderen Plattformen unterwegs und schießt seine Lebensenergie, die wo es so stark ist, neues Leben zu erschaffen, regelmäßig auf seine Bettdecke und hat dementsprechend keine Energie, irgendwelche Dinge geschissen zu bekommen. Mensch B nutzt seine sexuelle Energie, zieht sie über die Wirbelsäule nach oben, versteht, dass das die stärkste Energie ist, die innerhalb der menschlichen Ebene existiert, nutzt diese Energie, um sich seine Zukunft zu visualisieren, um einen besseren Workflow zu haben, um mehr Freiheit am Ende des Tages zu haben. Mensch A Ich muss nur überlegen, was ich die letzten Tage gemacht habe, weil ich war die letzten Tage definitiv Mensch A. Mensch A denkt nicht mehr selbst, sondern outsourcet sein Denken an AI und nutzt AI nicht, um sich auf der materiellen, auf der menschlichen Ebene freier zu machen. Mensch B nutzt AI, sieht das Potenzial in AI, um Systeme zu implementieren, die ihm auf der menschlichen Ebene Freiheit und Macht generieren. und das kann ein Business durch AI mit Geld sein, das kann whatever, das kann sein, dass AI deine Skripte schreibt. Solange du immer noch quasi das Denken selbst übernimmst und mit deiner Intuition verbunden bist und dementsprechend nicht bei Lebensentscheidungen, wo du weißt, dass du intuitiv in die Richtung gehen sollst, aber AI dir sagt, du gehst in die Richtung, dann durch die Meinung von AI in die Richtung gehst, weil dann bist du nicht mehr als ein Roboter. Mensch A, was macht Mensch A, was habe ich die letzten Tage gemacht? Ich habe mir hier ein bisschen was aufgeschrieben. Achso, Bewegung, Bewegung, das fällt mir bei mir extrem viel auf. Leben ist Veränderung, Leben ist Bewegung. Alles, was sich stetig bewegt, wird fließen, sprich, überall, wo Lebensenergie durchfließt, das wird am Leben erhalten bleiben, das wird energetisch sein. Alles, was stillsteht, wird Energie verlieren und absterben. Sei es, ob du die Treppe oder den Fahrstuhl nimmst. Leben ist Bewegung, das heißt, Mensch A hat keine Bewegung in seinem Alltag, hat keine Bewegung in seinen finanziellen Mitteln, hat keine Bewegung in seinem Business, ist nicht flexibel und agil. Mensch A hat vor allem keine Bewegung in seinem Körper, lässt keine Energie innerhalb des Körpers fließen und bewegt seinen Körper auch nicht und wird daher Gelenkprobleme bekommen, wird daher energetische Blockaden bekommen, wird Panikattacken bekommen. Mensch B allerdings versteht das und probiert in jeder Situation Bewegung in seinem Leben zu schaffen, probiert seine finanziellen Mittel regelmäßig zu bewegen, sei es Investment, sei es Business Tennis. Mensch B bewegt sich regelmäßig, macht Sport, lässt seine Energie, vor allem seine sexuelle Energie durch seinen Körper traveln, reinigt somit sein energetisches System und wird dementsprechend flexibel und agil sich anpassen können, wenn es das Leben so will und erfordert. Das heißt, Leben ist Veränderung, Leben ist Bewegung, Leben ist Flexibilität und agil sein und der, wo er head auf allen sein will, sollte probieren, Bewegung in sein Alter zu bringen, Bewegung in seine Systeme, Bewegung in seine Energie zu bringen. So, jetzt habe ich glaube ich ein paar Beispiele genannt und ich glaube durch die Beispiele ist das jetzt ziemlich klar geworden, warum es einerseits für die, die wo all das in ihr Leben integrieren, es sehr einfach wird, ahead von allen anderen zu kommen, weil die meisten Menschen und die Mehrheit eben innerhalb des Systems getrappt ist und innerhalb der Dinge, wo ich gerade gesagt habe, kein Fokus, Sexualenergie weghauen, innerhalb diesen Themen keine Bewegung, kein Sport, keine Meditation getrappt sind und dementsprechend wird auch die Spaltung zwischen völlig kontrollierten Menschen und völlig freien Menschen immer weiter voranschreiten. Man sieht das ja alleine schon beim Geldsystem so, wie die Spaltung immer weiter vorantreibt und wie Reiche immer reicher werden, Arme immer ärmer, bla bla bla, auch wenn das sich durch den ganzen Spaß, Great Reset und sowas verändern wird, aber warum ich den Punkt überhaupt bringe, ist, ich fühle mich sehr, ich fühle mich sehr verbunden, dass ich sowas einfach mit der Welt teile, weil wie gesagt, ich will hier eine spirituelle Motherfucker Community mit euch aufbauen, ich will, dass wir in, weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahren einfach alle gemeinsam, nicht ich und du separat sind, alle gemeinsam einfach im Moment verankert leben können, Spaß am Leben haben, völlige innere Freiheit haben und gleichzeitig auf materieller Ebene Systeme für uns nutzen, um auch auf menschlicher Ebene Freiheit zu haben und dementsprechend ultimative Freiheit zu haben in jedem Lebensbereich, innere und äußere Freiheit. Ich will selbst, ich bin ja selbst noch nicht ansatzweise die Person B, wo ich gerade beschrieben habe. Ich habe Instagram von meinem Handy gelöscht, und verwende es trotzdem, indem ich www.instagram.com eingebe. Versteht ihr? Ich bin selbst am Anfang, ich bin selbst am Lernen, ich bin selbst mitten im Leben. Ich will aber diese, diese Journey mit euch einfach teilen. Ich will euch mitnehmen. Ich will gemeinsam mit euch wachsen, gemeinsam hier eine Community langfristig aufbauen, mit der man, wie gesagt, an den Luxuswillen pennen kann, in denen ich eine gute Zeit ermöglichen kann, denen ich vielleicht durch einfach, was ich fühle, weiterzugeben mit euch, vielleicht in irgendeinem Lebensbereich auch helfen kann, indem ich zurückblicken kann auf diesen Podcast, einfach sehe, hey, das war der erste Podcast von Matthias. Krass, man, wie viel sich da verändert hat, was er jetzt für eine Person ist. Versteht ihr? Ich will euch mitnehmen, die Botschaften, die mir das Leben gibt, die, wo ich erfahre, ich will die mit euch teilen. Und ich will die mit mir, mit meinem zukünftigen Ich teilen. Und deswegen starte ich diesen Podcast und wie gesagt, fünf, sechs, sieben, acht Jahre von jetzt, ich denke, die mächtigsten Personen werden die sein, wo connected mit Intuition sind, Spirituality sind. Warum? Es ist ganz einfach, weil wenn 99% der Menschen zu Robotern werden, dann werden die, wo die Menschlichkeit und die Connection mit dem Mensch sein, die wo noch, die wo spazieren gehen und noch den Wind hören, die wo das Meer noch rauschen hören. Das werden die Menschen sein, die wo wirklich frei und lebendig sein werden. Und ich will, dass du, ich will, dass meine Family, ich will, dass wir alle auf der Freiheitsseite sind und nicht auf der vollkommen kontrollierten Seite. Also wie gesagt, ich bin Teil davon. Ich bin genauso, ich werde genauso in vielen Lebensbereichen kontrolliert. Ich bin nicht finanziell frei, ich bin nicht standortfrei, ich bin mentalstandortfrei. In meinem Kopf bin ich das bereits alles. Aber ich bin jetzt auf äußere Ebenen noch nicht. Und ich hänge genauso auf TikTok, ich hänge genauso auf Instagram. Ich bin Teil von euch, ich bin nicht anders wie ihr. Versteht ihr? Aber ich will euch mitnehmen und ich will, dass wir gemeinsam einfach diese Weltenergie steigern und Licht und Freiheit zu schaffen und nicht völliger Kontrolle. Weil das ist, wo es hingeht. Das ist, wo es hingeht. Social Credit System, Gelddigitalisierung, Social Media, TikTok, Fokus wegnehmen, Männer zu Frauen machen, im Trinkwasser Hormone haben die, wo, wie gesagt, Männer zu Frauen machen. Versteht ihr, das ist das, wo es hingeht. Den Menschen immer weiter vom Moment wegbringen, den Menschen immer weiter in seine Gedanken hineinbringen, die äußere Welt immer grauer und dunkler machen, dass wir in eine zweite Welt namens Metaverse fliehen müssen. Und dementsprechend diejenigen, die diese Welten dann kontrollieren, maximale Kontrolle über uns haben. Versteht ihr, das Schulsystem? Glaubt ihr, das Schulsystem ist wirklich darauf ausgelegt, um den Menschen auf ein glückliches und freies Leben auszurichten und die Menschen auf die Herausforderungen in Schwierigkeiten im Leben vorzubereiten? Versteht ihr? Irgendwann wird es heißen, okay, Online-Unterricht, heute nur noch mit VR-Brillen. Klassenzimmer, heute nur noch in der virtuellen Schule. und ja, da geht es hin und leider wird es schwierig mit einer VR-Brille auf dem Kopf, den Wind, der durch die Welt erweht, das Meeresrauschen und die Vögel draußen zwitschern zu hören. Versteht ihr, das ist, wo es hingeht, völlige Kontrolle. Es geht, die Welt auf menschlicher und materieller Ebene geht auf völlige Kontrolle. AI ist ein gutes Tool, um es zu nutzen, weil es wird sowieso kommen, es ist ja bereits hier. Warum nicht für sich nutzen? Warum nicht nutzen, um auf der menschlichen, auf der materiellen Ebene frei zu werden? Aber AI ist auch sehr gefährlich, weil es sehr einfach wird, nicht mehr auf seine Intuition zu hören, sondern auf AI zu hören. Es wird sehr einfach, mehr oder weniger ein Roboter in einem menschlichen Körper zu sein und das sind wir ja bereits. Ich, wenn ich hier sitze und auf Instagram für zwei Stunden scrolle, aber eigentlich seit eineinhalb Stunden in der Stille meditieren wollte, aber immer weiter scrolle, dann bin ich ein Roboter, der wo automatisch abläuft, weil Instagram, TikTok, weil mich die Social Medien kontrollieren, weil ich ein Sklave davon bin. Versteht ihr? Und das ist, wo die Welt hingeht aktuell. Aber ich will frei sein und ich will, dass ihr alle frei seid und ich will, dass wir gemeinsam frei sind und ein freies Leben leben. Und der einfachste Step, wo jeder heute taken kann, ist, erinnere dich daran, dass Zeit eine Illusion ist und dieser Moment der einzigste Moment ist, in dem du Leben spüren kannst. Du kannst nicht morgen Leben spüren, du konntest nicht gestern Leben spüren, du kannst nur in diesem Moment Leben erfahren und spüren. Das heißt, wenn du auf innerlicher Ebene frei sein willst, dann ist der erste Punkt, der erste Startpunkt, connecte dich mit diesem Moment, so oft wie es geht. Und ich kann dir sagen, wenn du auf TikTok scrollst, wenn du auf Instagram scrollst, oder wenn du, außer du bist ein richtig spiritueller Motherfucker, aber du wirst nicht so intensiv den Moment wahrnehmen, du wirst nicht die Autos draußen fahren hören, du wirst nicht dich und deinen Körper beobachten können, weil du aufgesaugt wurdest von den Systemen, weil du kontrolliert wirst von den Systemen. So. Das ist der Grund, warum ich diesen Podcast starten will. Ich will, dass du Teil der spirituelle Motherfucker Community bist, dass wir in fünf, sechs, sieben Jahren ahead von allen sind. Mit ahead von allen, das hört sich in der Spaltung an. ich meine auf menschlicher Ebene, ich will, dass du frei bist, dass ich frei bin, dass wir nicht vollkommen kontrolliert werden, aber wir werden nie ahead von allen sein. Okay, das muss ich doch jetzt nochmal klarstellen. Wenn ich meine, wir sind ahead von allen, und ich will klar machen, es gibt kein du und ich. Wir sind alle eins, wir sind alle auf derselben menschlichen Ebene, wir sind alle dieselbe Energie. Wir sind alle eins, wir sind alle connected. Ein Andrew Tate ist genauso ich, wie meine Mama ich ist und du ich bin und gleichzeitig ich du bin. Versteht ihr? Wir sind alle connected, wir sind alle eins. Es ist unmöglich, dass der eine ahead vom anderen wird. Verstehst du? Es ist unmöglich, dass der eine über jemand anderes steht. Ich will nicht über euch stehen oder über irgendjemand anderes stehen und jemand anderes will nicht über mir stehen. Ich will, dass wir alle lernen und verstehen, dass wir eins sind. Und ich will auch klarstellen, dass derjenige, der wo auf TikTok scrollt und den ich hier, ich nehme mich nicht raus, ich bin genau einer von euch, wie gesagt, dass derjenige, der auf TikTok scrollt, genauso in dem Moment in seiner Bestimmung lebt, wie derjenige, der wo vielleicht gerade meditiert in seiner Luxusvilla in Cape Town, whatever. Ich will, dass ihr versteht, es ist keine Spaltung zwischen diesen zwei Personen, zwischen dieser Person A und B. Wir sind immer noch am Ende eins. Wir sind alle eins. Wir sind alle verbunden, haben aber individuelle Berufungen und Bestimmungen auf diesem Planeten. Und wie gesagt, deswegen der eine, wo auf TikTok scrollt, vielleicht ist er genau in seiner Bestimmung. Vielleicht ist das genau der Grund, warum er hier ist. Ich hoffe, die Kamera läuft noch. Bitte läuft die Kamera noch. Die Kamera ist wieder abgebrochen. Das heißt, ihr werdet jetzt wieder ein, zwei Minuten Drohnenaufnahmen sehen oder was auch immer. Ich einblende über meine Stimme. Schade Schokolade, weil ich wie gesagt im Fluss war. Aber ja, das war mir noch sehr wichtig, das war mir noch sehr wichtig, dass ich, dass ich noch das an euch weitergebe, weil ich habe vorhin die Person A und die Person B beschrieben. Und man könnte meinen, dass ich dementsprechend separiere zwischen A und B. Und ja, innerhalb der menschlichen Ebene, innerhalb der Materie gibt es Separierung, weil der Verstand in Separierung denkt. Innerhalb der Kontrolle denken wir in Separierung. Wir denken, es gibt ihn und es gibt mich und wir sind zwei Wesen. So, und deswegen habe ich, dass es einfach zu verstehen ist, habe ich diese Separierung genutzt, um quasi diese Situation von Person A und Person B zu beschreiben und sodass ich euch verständlich mache, dass die Person, die wo quasi ja, spirituelle Systeme, Systeme, die ihnen Geld bringen und AI für sich nutzt, dass der auf innerhalb der materiellen Ebene, innerhalb der menschlichen Ebene quasi mehr Fokus haben wird, mehr Klarheit haben wird, mehr Freiheit haben wird, als der, der wo quasi seine Lebensenergie, seine Sexualenergie regelmäßig entlässt, gleichzeitig in TikTok scrollt und gleichzeitig kontrolliert wird von AI, von dem Internet, whatever, von dem System, nennen wir es so, nennen wir es Matrix. Dass wir innerhalb der materiellen Ebene gibt es eine Differenzierung, innerhalb der menschlichen Ebene gibt es den Verstand als separierend denkendes Tool, wenn man es so sagen will. So, deswegen habe ich aber die energetische Ebene angesprochen, weil auf der energetischen Ebene sind wir alle gleich. Dort gibt es keine Separierung. Ich würde sogar sagen, Separierung ist der Grund aller Slides auf dieser Welt, weil die Menschen nicht verstehen, dass es in Wirklichkeit auf der realen, auf der energetischen Ebene, dass wir alle gleich und eins sind und nicht separat der Wesen sind, sondern dass wir alle eins sind. Wir handeln, als wären wir disconnected von der Natur, weil wir handeln, als wären wir disconnected von anderen Menschen. Deswegen sage ich, ist es mir so extrem wichtig, dass wir verstehen, dass wir im Großen und Ganzen nie separat sein können und es unmöglich ist, weil wir alle in diesem gleichen einem Sein sind. Ich bin, das ich bin. Versteht ihr? Ich bin, das ich bin. Ich bin, Punkt dahinter. Versteht ihr? Wie kann ich sein mit jemand anderem? Versteht ihr? Innerhalb dieses Satzes Ich bin, gibt es keine Separierung. Ich bin und das war's. Punkt dahinter. Das ist mir sehr wichtig, weil warum sind wir denn in einer materiellen Welt, die komplett in Richtung Kontrolle geht? Weil nur, wenn es zwei gibt, nur wenn es zwei gibt, kann der eine den anderen kontrollieren und innerhalb der materiellen, innerhalb der menschlichen Ebene gibt es zwei, weil die Menschen noch nicht verstanden haben, dass in Wirklichkeit nur und immer eins existieren wird und nur eins da ist und selbst Jesus damals von Gott sprach, Gott ist eins, Gott ist in allem, Gott ist eins mit allem. Versteht ihr? Jede Religion basiert auf einer Grundlage, die wo sehr wertvoll ist und eigentlich beschreibt, dass wir alle verbunden sind und alles eins ist. Wir sind verbunden mit der Natur. Schau mal hier, ich habe eine Haut, aber die Haut ist nicht getrennt mit der Außenwelt. So das ist, meine Haut ist nicht die Trennung von mir und der Außenwelt, sondern dieser fucking Körper ist nur Erde. Der Körper ist nur Erde, genauso wie die fucking Couch, keine Ahnung, die wurde wahrscheinlich, oder hier das Holz. Ich verstehe, es ist keine Grenze hier. Es gibt auch keine zeitliche Grenze. Es gibt nicht morgen, gestern und heute, es gibt nur jetzt. Und deswegen war es mir gerade sehr wichtig, dass ich das nochmal klarstelle, dass ich Separierung bewusst verwende als Tool, um quasi Menschen, die wo hauptsächlich noch innerhalb des Verstandes denken, klarzumachen, was passiert, wenn du Person A bist und was passiert, wenn du Person B bist. Und gleichzeitig will ich jetzt im Nachhinein aber auch nochmal eben klarstellen, dass egal, ob ich hier von Separierung spreche, ob ich hier spreche von der Person, die wo Millionär ist und von der Person, die wo Broke ist und man dann denken würde, oh, die ist aber anders wie der. Nee. Wir sind immer noch aus dem gleichen Sein, aus der gleichen Energie. Und wenn ihr zum Beispiel mal den Körper anschaut, auf der äußerlichen Ebene sind wir alle anders. Das heißt, ich habe einen sehr hellen Hauttyp, in Afrika haben die Menschen Dunkelhauttypen und der eine hat braune Haare, der andere hat blaue Augen, der andere hat, sagen wir mal, grüne Augen. Aber umso tiefer du in den Kern gehst, umso tiefer du reingehst, die Organe sind dann schon alle relativ ähnlich bei jedem Menschen. Dann das Herz ist schon relativ ähnlich bei den meisten Menschen. Die Lunge ist relativ ähnlich. Von dem Raucher ist die Lunge vielleicht schwarz, von dem Nichtraucher nicht. Aber es ist dasselbe Organ. Und umso tiefer du reingehst, bis auf die letzte Materie, umso gleicher werden wir uns. Bis wir dann nur noch aus denselben Zellen, die wiederum aus derselben Energie wie alles andere bestehen. Das heißt, auf der Oberfläche sind wir anders. Aber umso tiefer du in den Kern gehst, umso ähnlicher sind wir uns, bis wir uns komplett gleich sind. Das heißt, ich bin aus der gleichen Energie wie du und alles andere, was es hier gibt. So, wir sind alle eins. So viel dazu. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich noch irgendwas hinzufügen will. Ich glaube, ich werde jetzt noch eine ganz kleine Zusammenfassung machen von dem Podcast. In fünf Minuten probiere ich. Ich probiere wirklich in fünf Minuten, das Ganze zusammenzufassen. Also, Matthias fühlt sich jetzt berufen, mit euch zu sprechen und deswegen macht er es. So, dann, was sind die Hauptdrei, was sind so die drei Hauptstandbeine von diesem Podcast? Die drei Hauptstandbeine von diesem Podcast werden sein, für mich als Lebenstagebuch, einfach Live-Updates zu geben. Zweite, spirituelle Botschaften, wo ich mit euch teilen will, weil ich mich dazu bestimmt fühle, weil ich fühle, dass das Leben durch mich sprechen will und da kein Matthias mehr spricht, sondern das Leben mit der Welt spricht. Das heißt, für mich einfach als locker, easy, authentisches Live-Tagebuch, vielleicht werde ich auch mal heulen, wenn ich in der Down-Phase bin, vielleicht werde ich mal mega glücklich sein, weil ich weiß nicht, meine erste Mille geschoben habe, whatever. So, ich will einfach, dass das Ganze ein authentisches Tagebuch wird. Zweitens, spirituelle, tiefe Botschaften und ihr werdet merken, alle Gespräche in meinem Leben, alles dreht sich um diese Themen, Leben und wie kannst du noch tiefer leben. Das heißt, ich lebe dafür und deswegen wird das der zweite Standbein von diesem Podcast sein und der dritte wird Reisen sein, weil Reisen ist eine geile Sache. Ich werde euch auf ein paar Reisestorys von mir mitnehmen, werde ein paar Kollegen, mit denen ich in Hawaii war, in Costa Rica, Mexiko, denen ich die Welt bereist habe, werde ich einfach hier reinholen, in den Podcast, werde mit denen sprechen und einfach so ein paar Reisestorys mit euch zu teilen, weil ich denke, es kann sehr interessant sein für ein paar da draußen einfach sich, weiß ich nicht, nach der Arbeit hinzulehnen und einfach so dem Matthias bei seinen Reisestorys, was er so erlebt hat, zuzuhören. Und da ist auch viel crazy shit passiert, das heißt, das werden die drei Standbeine sein und ja, that's it. Wie gesagt, langfristig habe ich Bock mit euch gemeinsam hier eine fette, spirituelle Motherfucker-Community aufzubauen, vielleicht langfristig irgendwelche geilen Events zu schieben, wo wir gemeinsam uns connecten, wo wir gemeinsam schauen, dass wir diese universelle Energie steigern und uns tief mit dem Leben connecten. Ja, that's it. That's it. Also, in dem Sinne, ich bedanke mich für alle, die wo bis hierher geschaut haben. Ich entschuldige mich auch, dass die Kamera zwei, dreimal ausgefallen ist und ja, ihr habt ja dann jetzt hier zwischendrin in dem Podcast immer mal wieder Drohnenaufnahmen gesehen von Mexiko oder whatever. Vielleicht habt ihr das auch genossen, aber wie gesagt, das ist die erste Folge vom Podcast. Ich werde die auf Spotify, YouTube und ein paar TikTok-Schwarz daraus schneiden und da hochladen und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Shit, wenn ihr den fühlt und das mit euch resoniert, dass ihr den Shit teilt. Wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Ich denke, am Anfang, die ersten Folgen werden wir eh jetzt eher so in einer kleinen Community sein. Ich weiß, dass der Shit am Anfang noch nicht abheben wird, vor allem, wenn ich um solche Themen wie Spirituality spreche, weil das ist nichts, wo auf YouTube funktioniert. Das ist nichts, wo die Menschen hören wollen. Was wollen die Menschen draußen hören? Die wollen Geld, Frauen, Sex, Entertainment. Das sind die Sachen, wo draußen funktionieren und ich weiß, dass ich jetzt nicht mega viel entertainen werde in diesem Podcast. Ich weiß, dass ich jetzt nicht mega oberflächlich über sexuelle Themen sprechen werde und dass ich euch jetzt auch nicht mega wie werdet ihr von heute auf morgen Millionär-Tipps geben werde und dementsprechend wird dieser Podcast jetzt wahrscheinlich auch nicht komplett hochpoppen. Aber wie gesagt, in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren wird es immer wichtiger werden, Spirituality in sein Leben zu lassen und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass so ein Podcast, der von Anfang an schon wirklich auf den Standbeinen Spirituality und Energie basiert, irgendwann dann auch gehört wird und in die Außenwelt gelangen wird und deswegen werde ich den Schritt jetzt probieren, regelmäßig zu machen und ja, ich wünsche euch noch, was haben wir heute, Samstag, ich wünsche euch noch einen guten Partyabend an alle, wo heute feiern gehen und ja, reflektiert das, was ich gesagt habe und entscheidet, ob ihr was mitnehmen könnt oder nicht. In dem Sinne, wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Energie, Liebe, lebt im Moment, bleibt connected und werdet zu keinen Robotern im menschlichen Körper, sondern seid frei, genießt das Leben. In dem Sinne, nochmal ciao, ciao und danke für jeden, der wozu gehört hat und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war die erste Podcast-Folge, ja, 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 das war die erste Podcast-Folge und ich habe sie gemacht.